Blut und Donner Vielen Dank Champion, ich suche Frall auf, vielleicht kann er helfen Ah, ich wette, Ettrick schickt euch, seine Sorge ist gut gemeint, aber unnötig An dieser Küste erwartet uns wahrscheinlich der Tod, das wisst ihr Und doch sehe ich die Entschlossenheit in euren Augen, vielleicht geht es euch auch um Ehre Da, Lukta, zieh jetzt inheben Suchen wir uns ein passendes Ziel, vielleicht eine Seelenmaschine oder dieses Schlachtschiff Kanonen, fliegt niedriger, weicht den Schüssen aus Lasst sie büßen, Champion, lasst sie Reiß die Zähne zusammen Krieger, eine neue Schlacht, wartet Havi hat nicht erwähnt, dass sie so klein sind Die alte Seherin ist verrückt, hat aber meistens recht Kommt, es lehren sich wieder Dämonen, zeigt, wie Kampfer uns begleiten Dämonen, zämonen, 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 zämonen yöntet Tömoen und zämonen zämonen Die Teile sind nicht beizet worden, die werden wir dort Und wir werden überdämonen, die wir dort machen Turm im Zähne zusammen 용 und bästchen Turm im Zähne Jetzt bin ich etwas Schüssen Malet Das war's für heute. 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 Die Tür ist mit Blitzen versiegelt. Wir müssen irgendwie hindurch gelangen. Verdammt sei ihre feigige Volksschaft. Ich ruhe nicht eher, als bis sie tot ist. Wir sind da. Magnars Kammer. Champion, wir müssen ihn retten. Ich werde versuchen, ihn zu den Hallen der Tapferkeit zu geleiten. Falls er sich jedoch gegen die Wahrheit wehrt, hetzt er seine Wachen auf mich. Sprecht mich an. Dann werden wir beginnen. Ich lebe für den Kampf. Vater, ich bin es. Euer Sohn. Odin hat mich geschickt um... Ihr seid nicht mein Sohn. Er sitzt in den Hallen der Tapferkeit, weit vor seiner Zeit von Odin zur Sicht gerufen. Du hast diesen Ort eingeladen. Ich bin es wirklich. Ich fiel vor dir im Kampf um den Pass. Wir wurden verraten. Mein Sohn stammt vor meinen Augen. Ich habe versagt und konnte ihn nicht behützen. Ihr werdet nicht... Ich bin in den Kampf gefallen. Wie wir alles. Niemand hat den anderen. Nicht einmal ihr. Verzügen. Siegt ihr denn meine treuen Soldaten nicht? Ihr seid ruhig, der Fall. Die heilige Tapferkeit erwarten euch. Kommt mit, Vater. Es reicht. Waffen, bestraft diese Fremden für ihre Anlassung. Ihr Föhnen. Siegt ihr, was siehst. Das Jup вниз. 1 4 1 2 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.